einen schönen guten tag es freut mich dass sie sich für diese kleine runde entschieden haben es ist ja doch ein gewisses nischenthema auf der basta zugegebenermaßen die in den nächsten 60 minuten rundherum möchte ich ihnen das open source framework fabric von von hyperledger projekt näher bringen und möchte vor allem zuerst mal kurz drüber sprechen auch warum es dieses projekt gibt also welche was ist diese technische herausforderung die dieses problem dieses projekt löst mein name ist ingo rammer gab den einen oder anderen haben schon mal gesehen bei einer der vorgänger basta ich bin einer der gründer der architecture ag das für sie auf der seite interessanteste ist wahrscheinlich der nick hier unten ich werde alle slides wie immer online stellen sofort also auch morgen werden sie online seien die lampen danach natürlich auch noch bei der konferenzwebseite aber falls sie vorab das slide deck schon downloaden möchten können wir das gerne machen ich habe die adresse auch noch auf der letzten letzten slides noch mal die agenda was möchte ich machen ich habe die erste frage die immer wichtig ist in dem zusammenhang warum gibt's fabric wer von ihnen hat mit anderen blockchain technologien gearbeitet okay dann ist es nämlich noch umso wichtiger weil dann ist die grundsätzliche frage warum gibt es überhaupt private blockchains und 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 welches problem lösen die dass man nicht auch anders lösen könnte ich spreche dann über hyperledger über fabric was ist das eigentlich was worüber was ist das also ist es ist es ein projekt ist es code was ist es eigentlich wir gehen dann rein die konfiguration eines netzwerks wie sieht ein fabric netzwerk aus was ist in diesem netzwerk drinnen welche datenflüsse gibt es wie werden daten ausgetauscht ich gehe da nach die transaktionsbehandlung wenn sie manche wenn sie andere blockchains kennen so vom konzeptionellen dann wissen sie dass es bei anderen blockchains zum beispiel zu einem proof of work consens verfahren gibt das heißt ein sehr cpu intensives verfahren um das netzwerk zu sichern ich werde nicht sehr viel auf dieses thema eingehen sondern ich werde einfach erklären wie fabric das anders macht fabric ist ein netzwerk das völlig ohne proof of work consens auskommt dass diese klassischen cpu zyklen um das netz zu sichern gibt es hier nicht wenn wenn die grundlagen sie noch mehr interessiert in dem vortrag in dem in dem ganztagsworkshop morgen werde ich auch diese grundlagen und die abgrenzung zu anderen technologien noch viel viel stärker beleuchten und diesmal geht es noch mehr um fabric das heißt ich werde dann die grundlagen über chaincode entwicklung chaincode sind die smart contracts in fabric beschreiben und das ist ja so der plan der fahrbahn für die nächsten 60 minuten die sind in einer super kleinen runde das heißt wenn sie irgendwelche fragen haben zwischendurch können sie mich auch gerne jederzeit unterbrechen und ich versuche so gut ich kann die fragen zu beantworten das erste glaube ich was wichtig ist ist warum gibt es private blockchains diese frage ist es zwei aspekten interessant die frage ist aus dem aspekt interessant wenn sie von öffentlichen blockchains von der gedanken welt öffentliche blockchains kommen das ist die frage vielleicht naja welches problem lösen private blockchains die nicht öffentliche blockchains auch lösen würden und wenn sie von der seite kommen die noch nie mit blockchains gearbeitet hat oder überhaupt skeptisch sind dann stellt sich die frage ganz anders zum beispiel warum verwenden wir keine replizierten datenbanken einfach dafür oder andere konstrukte die es heute gibt im vergleich zu einer öffentlichen blockchain wie ethereum oder bitcoin vor allem wie ethereum weil ethereum eine blockchain ist die auch code ausführung erlaubt anders als bitcoin von der konzeption her ist es so dass wir dass man im privaten bereich meistens netzwerk konstellationen hat wo sich die teilnehmer kennen das heißt bei ethereum kennen sie die anderen teilnehmer nicht sie wissen nicht wem sie ether senden und sie wissen nicht wer die netzwerke werden die einzelnen server in dem netzwerk betreibt es ist sogar so dass das netzwerk konstruiert sich im sekundentakt um es sind typischerweise 15 bis 20.000 rechner gleichzeitig online in dieses netzwerk formeln und hier im privaten bereich geht man das thema ganz anders ab man sagt okay wir haben kein netzwerk wo man sich nicht kennt sondern es finden sich eine gruppe an firmen die daten austauschen möchten also meistens firmen organisationen oder verbände und man baut gemeinsam ein blockchain netzwerk auf wo es berechtigungs prüfungen gibt wo man die anderen teilnehmer kennt wo es einen vertrag gibt das heißt es ist nicht mehr dieses reine anonyme netzwerk wo dann sehr oft die these code is law gilt das heißt der smart contract code ist das rechtssystem und dann hier bewegen uns natürlich dort wo es ein richtiges rechtssystem gibt in der transaktion zwischen firmen was machen firmen damit naja sehr häufig ist es relativ profan was damit gemacht wird es ist wie weit weg von dem welt verändernden hype von öffentlichen blockchains sondern meistens geht es um ganz konkrete sachen es gibt geschäftsprozesse die durch firmen grenzen hinweg gestaltet sind mit mehr als zwei teilnehmern und die man digitalisieren möchte um zum beispiel höhere prozess transparenz zu erreichen das komme ich gleich nachher noch mal zurück weil sie also standard beispiel seite sich weiter ausbauen der grund warum man diese transparenz erreicht ist weil man damit versuchen möchte eine einzelne quelle des aktuellen oder eine eindeutige version des aktuellen datenbestands zu erzeugen klingt jetzt klingt immer sehr viel spektakulärer was ist es was ist in der praxis wirklich wenn man wenn man über apis geht stellt sich vor wir haben einen geschäftsprozess der über fünf firmen geht und als beispiel verwende ich gerne die rufnummern portierung im telekommunikationsumfeld das heißt wenn sie warum verwendet so gern wenn es schief geht weil jeder jemanden kennt wo das massiv schiefgegangen ist ich wollte meine telefonnummer zur telekom mitnehmen irgendwas geht schief was dann passiert ist egal wen der beiden beteiligten ich ich kontaktiere um um das problem zu diskutieren ja sie immer nur seine seite des prozesses jetzt ist aber an dieser rufnummer portierung sind nicht nur die zwei provider beteiligt die sie kennen sondern kann wenn es ein resale kapazität ist wie lidl talk all die talk etc haben sie mehr als vertragspartner aber die providen ja nicht wirklich und bei der rufnummer portierung ist das auch die echten provider involviert sein das heißt wir haben prozess in dem mindestens typischerweise fünf beteiligte sind und jeder sieht nur sein subset wir sind natürlich darum gehen sachen schief weil die eine seite glaubt dass die dass sie einfach oder die eine seite hat informationen an die andere seite gesendet aber die sind nie angekommen in der datenbank auf der anderen seite weil der web server genau bei der verarbeitung des requests weg war oder wie auch immer es gibt ja genügend fehler konstellationen wenn ein programmierfehler drin war und was jetzt passiert ist alle diese vier firmen bloß sie als fünfter beteiligter haben eine andere sicht auf die welt und darum gehen sachen schief was tun wir heute in der praxis wenn sachen schief naja es gibt in deutschland die bundesnetzagentur die hat eigentlich andere aufgaben aber die verwendet einen großteil ihrer zeit interessanterweise dafür so genannte eskalationen zu zu verarbeiten gibt es um die 20.000 knapp 20.000 eskalationen 20.000 requests an die bundesnetzagentur mit 6.000 eskalationen glaube ich pro jahr plus minus was die bundesnetzagentur tut hier ist sie versucht eine telekonferenz zu schalten also eine ganz normale fünf parteien telefonkonferenz wo ein vertreter von der vodafone und all die talks oder telekom und von lidl talk und sie und die bundesnetzagentur in einer telefonkonferenz sind und jeder erzählt was er so glaubt dass die wirklichkeit ist und dann einigt man sich in diesem wirklich am telefon das ist ein hoch analoger prozess der gesamte prozess ist analog der startet mit faxübertragung und wir sind erst im jahr 2019 ist alles neuland die und dann einigt man sich menschlich wirklich was die sicht der welt ist und man sagt ok die daten habe ich gesendet der andere sagt die habe ich nicht empfangen ok da ist unser problem und so wird das problem gelöst das heißt es gibt bei firmenübergreifenden prozessen die keine eindeutige quelle der des aktuellen stands haben immer so konsolidierungsphase eine unerwünschte konsolidierungsphase wo man aus die daten austauschen muss seine sicht auf die welt um die gemeinsame wieder temporär zu erzeugen und dann laufen die datenbanken wieder getrennt das versucht man das versucht man bei blockchains zu vermeiden oder mit blockchains basierenden systemen zu vermeiden indem es technische varianten gibt um diese konsolidierung nach vorne zu verlagern so dass man sie nicht manuell hinten machen muss dazu komme ich gleich wieder zurück wie gesagt papier prozesse heute sind eher mühsam zentrale lösungen könnte es geben man könnte sagen okay ich zwinge alle telekom anbieter sich auf einen gewissen zentralen stand für die prozessverarbeitung zu einigen und wir beauftragen ein konsortium diese software zu entwickeln und zu betreuen macht man auch für teile ist im telekom umfeld gibt es das zum beispiel es gibt ein zentrales system wo zumindest die zuordnung einer rufnummer zu dem aktuell verantwortlichen provider zentral in einem von t systems ursprünglich entwickelten system gespeichert wird und aber die diese lösungen entwickeln sich immer nur wenn es jemand erzwingt von außen also wenn irgendein regulator wir bundesnetzagentur sagt ihr müsst es gibt wenig unternehmen die sich da selbst hinsetzen oder es gäbe schon unternehmen es gäbe natürlich den wunsch von von allen beteiligten zu sagen wir müssen diesen prozess optimieren weil alle beteiligten wissen es ist mühsam die telekom weiß es ist mühsam die vodafone weiß es ist mühsam nur wenn die telekom oder die vodafone hingehen würden fiktiv gesprochen und sagen würden wir programmieren jetzt das zentrale rufnummer verwaltungssystem für deutschland würde sofort der andere marktteilnehmer sagen das glaube ich nicht dass ihr das programmiert das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen weil wir sind nämlich die richtigen die das programmiert und dann kommt man auf die patz situation wie wir heute sind weil man vertraut dem gegenüber ja nur bedingt mit einer wettbewerbssituation sobald man das ganze ist über ländergrenzen hinweg denkt hört es auch sehr schnell auf es gibt sehr wenig regulatorik die ländergrenzen länder übergreifend funktioniert und die erzwungen werden kann gibt immer mehr in medizin technik medizin bereich gibt es immer mehr aber so insgesamt ist ist es etwas was sehr regional funktioniert ok wenn ich das problem so beschreibe dann und mit technikern darüber spreche die noch nicht mit blockchains gearbeitet haben weil es oft so der erste punkt sind naja dann bauen wir die replizierte datenbank und ist ja kein problem ist ja etwas was wir seit jahrzehnten machen können und dann gibt es das ist also das ist fundamental absolut richtig und interessanterweise ist eine blockchain nichts anders als eine verteilt replizierende datenbank am ende des tages und es ist nur so dass die blockchains tools verschiedene probleme lösen die man sonst wenn man mit einer normal replizierten datenbank beginnen würde selbst lösen muss zum beispiel ist es so dass wenn man normalerweise an replizierte datenbanken denkt dann entwickelt man meistens ein system das ein single writer hat und und verschiedene lesende nodes das heißt man würde irgendwo eine zentrale entität bestimmen und die anderen hätten halt read only replikate von dem das wäre typisch wenn man zwei wegen updates implementiert weiß nicht alle die das schon mal gemacht haben den gleichen datenbestand von mehr als einer partei gleichzeitig änderbar zu machen das ist etwas das erhöht die komplexität gleich dramatisch weil man sich irgendwie über konsolidierungsregeln gedanken machen muss wie man fehler behandelt in dem system wenn nämlich zwei leute gleichzeitig etwas ändern oder zwei parteien in dem ganzen das ist noch das ist relativ einfach das hat man technisch sehr schnell heraus und kann man gibt es auch genügend ansätze die das problem lösen gibt dann verschiedene fragen die übrig bleiben wenn man die lösen möchte wird das ganze immer immer schwieriger und immer teurer dass ich aber mein klassischer fehler in der verfügbarkeit wenn ich einen single writer habe in unserem telekom beispiel wieder bis die frage wer betreibt den welche welche verfügbarkeits garantien gibt es etc das nächste ist naja wie weit vertraue ich dem der diesen single writer betreibt wenn ich die die telekom bin und vodafone sagt zwar wir entwickeln die software nicht die können wir gemeinsam entwickeln aber wir operaten den den schreibe prozess da muss ich der der seite relativ viel trauen das ist bei telekom rufnummer portierung ist eins da kann man auch sehr schnell trauen wenn es darum geht zum beispiel seriennummern in einem fertigungsprozess über jahre hinweg dokumentiert aufzubewahren um dann zum beispiel manipulationen an einem dieselgerät zu oder an der motorensteuerung nachzuweisen na ja dann wird man vielleicht dann vertrauen sich die partner vielleicht nicht mehr so eindeutig weil jemand einer der beteiligten sehr viel davon hätte im nachhinein die daten zu verändern auf rein auf technologischer seite muss ich mir überlegen wie läuft dort der code wie werden wie setzen wir updates in dem system um wie setzen wir verteilte berechtigungssystem um das heißt ich habe sofort aufgaben die ich eigentlich gar nicht lösen wollte wenn wir an personenbezogene daten denken reicht eine reine replizierte datenbank meistens nicht aus weil ich muss saubere löschprozesse darüber abdecken oder also saubere löschprozesse reichen mir gar nicht ich habe nämlich datensparsamkeit als gebot und das heißt ich dürfte in so einem netzwerk überhaupt keine personenbezogenen daten verteilen weil es keinen grund gibt dass der empfänger sie überhaupt sieht das heißt parallel was meistens passiert wenn man repliziert in unserer rufnummer portierung zum beispiel wieder dass man parallel noch ein punkt zu punkt web service netzwerk aufsetzt mit dem ich zusatzinformationen die nicht für alle interessant sind also die die nur transient sind im prozess punkt zu punkt austausche bei der rufnummer portierung wäre es so dass die zuordnung provider zur rufnummer also zuständige telekom anbieter zur rufnummer könnten alle lesen aber die zuordnung rufnummer zu name und geburtsdatum weil das ist der primary key rechtlich für eine für portierung dass man die natürlich nicht öffentlich irgendwo replizieren kann das geht schon rein rechtlich nicht auf das nächste ist wir haben einen governance prozess wer darf überhaupt daten austauschen wer mit wem wer darf daten korrigieren etc ok das heißt ich habe ganz eine menge fragen die von meinem einfachen case von wegen ich möchte rufnummern portierung zwischen mehreren beteilnehmern abdecken hingeht auf naja ich muss fundamental forschung in datenbank technologie betreiben und das ist in vielen fällen nicht sinnvoll und das ist das wo jetzt die werkzeuge rund um private blockchains reinkommen das heißt man geht hin und sagt ja uns reicht eine replizierte datenbank aber nur wenn wir all das lösen und genau das löst fabric zum beispiel fabric ist jetzt einzige tool aber fabric ist eins dieser tools die genau diese sachen adressieren ok schauen wir weiter also was ist fabric zuerst was ist hyperledger hyperledger ist ein ein projekt der linux foundation und ist aber kein technisches projekt sondern ist ein portfolio projekt das heißt da sind verschiedene blockchain technologien drinnen hyperledger ist das projekt das von der linux foundation verwendet wird um alle blockchain projekte alle technischen blockchain projekte zusammenzubringen fabric ist eines davon und fabric fokussiert sich extrem auf business to business anwendungsfälle das heißt genau auf datenaustausch zwischen unternehmen man wird da keine öffentlichen kryptowährungen damit abdecken das ist der fokus dieses systems was es kann ist es kann verschiedene sachen die man im b2b bereich braucht das heißt es hat so grundkonzepte rund um berechtigungssysteme um verwaltung von von privaten daten auch drinnen um für punkt zu punkt austausch etc und was vielleicht auch noch für den einen oder anderen interessant ist heute ist fabric die basis für diese die blockchain as a service angebote zum beispiel von ibm und oracle und teilweise auch von von sap das heißt wenn sie heute die ibm in der ibm cloud eine blockchain as a service bestellen oder konsumieren dann liegt dahinter dieses tooling sie bekommen einen schönen prozess über fabric ok das szenario das ich gern verwende um blockchains zu jetzt zu erklären oder darüber zu reden ist genau unsere rufnummern portierung wo man davon ausgeht man möchte es dezentral lösen es gibt also mehrere telekom unternehmen und ein regulator die interesse daran haben daten auszutauschen und es gibt dann so genannte smart contracts oder in der in der block chain im blockchain umfeld smart contracts genannte code fragmente die während diesem aus dieses austauschs ausgeführt werden um naja um die business regeln abzudecken am ende des tages ok dann schauen wir wie fabric so wie man mit fabric so ein problem angehen würde das erste ist fabric hat ein klares konzept von organisationen das heißt es ist nicht nur so ein technischer teilnehmer wie in ethereum zum beispiel ethereum ist so dass da gibt es accounts die haben die bestehen im prinzip aus einem private und public key paar und wenn sie den private key für einen account haben können sie über die informationen oder das geld in diesem account verfügen aber niemand weiß wem der account gehört und fabric ist anders fabric geht von anfang an davon aus dass organisationen ein netzwerk aufbauen wollen das heißt der term organisation ist ein kernkonzept in fabric auf das auch berechtigungen zum beispiel definiert werden können was machen die organisationen sie betreiben server prozesse die können also sie betreiben notes innerhalb dieses netzwerks die notes werden verbunden was die organisationen auch machen ist sie verwalten ihre user jeweils das heißt im fabric system fabric geht von einem verteilten berechtigungssystem aus es nicht so dass es eine zentrale instanz gibt die alle user und alle gruppen und alle berechtigungen kennen muss sondern die organisationen können verteilt ihre user verwalten technisch gesehen ist es eine public key zertifikats infrastruktur die dahinter liegt einfach das heißt die die einzelnen user sind durchaus definiert durch public private key paare aber sie werden halt dezentral verwaltet und die zuordnung und die rechte vergabe erfolgt dezentral okay das heißt wir haben jetzt organisationen die haben ihre user die möchten daten miteinander austauschen in verschiedenen prozessen um das zu machen kann fabric oder kennt fabric das konzept eines channels channel ist immer schwierig channel ist eines der meist überdefinierten namen in der informatik wahrscheinlich überhaupt direkt hinter service und channel in unserem fall ist ist ein zuerst mal logisches konstrukt dem verschiedene teile meines netzwerks beitreten können das heißt ich habe verschiedene channels mit unterschiedlichen teilnehmern und innerhalb dieses channels werden informationen ausgetauscht diese channels sind jetzt keine wie man sich vielleicht vorstellen kann auf netzwerkebene definierte verbindungskanäle sind keine ssl channels oder tcp ip socket verbindungen et cetera sondern jeder dieser channel ist eigentlich eine blockchain das heißt jeder dieser channel erfüllt normalerweise also alle diese requirements die blockchains haben daten werden repliziert daten werden in blöcken abgelegt transaktionen werden eindeutig serialisiert et cetera und das heißt alle unsere channels sind sind blockchains führt dazu dass das auch gleichzeitig das konzept innerhalb von fabric ist mit dem daten privatheit gewährleistet wird oder das heißt privat privatheit es wird gewährleistet deshalb nur die teilnehmer des channels die jeweiligen daten sehen die in diesem kanal verfügbar sind und channels sind auch berechtigungs geschützt wie nahezu alles in fabric sobald es irgendeine operation gibt die das verhalten des netzwerks ändert benötigt man berechtigungen dafür um sie zu ändern oder es gibt sogar ein an ein governance prozess der eine eine mehr parteien abstimmung notwendig macht bedeutet in der praxis ich kann mit fabric verschiedene governance prozesse abbilden es gibt im im blockchain umfeld typischerweise im business to business umfeld zwei normalerweise verwendete governance prozesse das eine ist der der nicht blockchain prozess von wegen ich habe die dieses netzwerk erschaffen ich kann bestimmen wer teilnehmen darf das heißt ich habe die zentralisiert auf eine auf eine instanz die das berechtigungskonzept wäre bei der rufnummer portierung so weil dort die bundesnetzagentur schon rein rechtlich diese diese verantwortung hat und gibt aber auch alternativen wo zum beispiel über einen mehrheitsentscheid ein neuer teilnehmer in einen channel mit aufgenommen wird wo man einfach sagt es haben sich fünf medizin unternehmen zusammengefunden um eine rechtliche vorgabe zu implementieren ohne dass der regulator selbst drinnen sitzt und man bestimmt über einen netzwerk vertrag der technisch durch eine mehrheitsentscheidung abgebildet wird wann jemand dazu oder weg darf es gibt innerhalb dieser channel nicht nur permanente daten wie in den meisten blockchains es gibt auch transiente daten das heißt daten die nur für ein gewisses subset an personen oder an teilnehmern sichtbar sein sollen und die auch wieder verschwinden können aus blockchainsicht landet in diesem fall nur der hashcode dieser daten auf der blockchains selbst die eigentlichen daten landen in einem getrennten transienten datenspeicher den halt der prozess gesteuert nach einer gewissen anzahl an an blöcken wieder freigegeben werden kann damit erlaubt fabric zum beispiel anders als viele andere blockchains dass man löschprozesse die von der regulatorik der dsgVO und ähnliche regulatorik erforderlich sind umsetzen kann was die channels noch machen ist es sind die basis für die smart contracts das heißt die existenz und welche smart contracts gibt werden pro channel verwaltet die smart contracts in fabric ich weiß nicht wer smart contracts nicht kennt ich gehe mal kurz zur seite wo das herkommt smart contracts das klingt extrem das klingt extrem mächtig und wenn man den blockchain hype verfolgt hat in der vergangenheit dann weiß man dass mit smart contracts der der energiemarkt revolutioniert wird und der komplette automotive sektor und das ich weiß nicht das autarke und und automatisierte fahren von von autos etc etc das heißt irgendwie projiziert die welt sehr viel oder projizierte die welt sehr viel auf smart contracts in wirklichkeit sind smart contracts weder smart noch contracts smart contracts sind können sie sich vorstellen wie ein datenbanktrigger wir haben ein verteiltes system über mehrere über mehrere firmen verteilt und wir machen ein technisches system mit dem man datenbanktrigger definieren kann das heißt statt dass wir uns im nachhinein über konsolidierung von daten unterhalten müssen können wir im vorfeld 1 erreichen und ich komme gleich dazu wie man das erreicht dass ein stück code ausgeführt wird wann immer ich etwas in meine datenbank einfüge auf meiner seite und der code prüft ob dieses diese daten die ich einfügen möchte logisch konsistent sind ob die ob die überhaupt eingefügt werden dürfen und das kann er deswegen weil alle beteiligten vorher sich auf eine art von von regel auf ein set an regeln auf einen smart contract geeinigt haben und wenn wir das machen dann kann jeder von uns die prüfung durchführen jeder hat das gleiche ergebnis am ende das ist meistens die idee hinter smart contracts das gleiche passiert bei ethereum und bei bitcoin die haben diese smart contracts teilweise entweder flexibel oder fix verdrahtet aber der bitcoin smart contract im weitesten sinne ist die sicherstellung dass wenn ich sage sie verkaufen mir ihren laptop für für zwei bitcoin und ich sende zwei bitcoin in ihre richtung dass sie sich darauf verlassen können dass ich diese zwei bitcoins auch hatte und das nach der transaktion sie darüber verfügen können das ist der hart codiert das smart contract innerhalb von bitcoin am ende des tages das gleiche kann man bei telefonnummern machen im zuge eines portierungsprozesses könnten sie zu mir gehen und sagen ich hätte gern diese nummer zu mir rüber gezogen ich kann es in meinem back end system prüfen die dokumentation prüfen die sie mir senden und irgendwann sage ich ja ich bin einverstanden ab jetzt gehört ihnen die nummer und dann wird darüber so verfügt wie über bitcoin zum beispiel und plötzlich kann ich nachweisen oder kann ich nachverfolgen wer jetzt für welche nummer verantwortlich ist das sind diese smart contracts aber es sind wirklich nur datenbankträger oder stored procedures je nachdem wie sie sich das am besten vorstellen wollen die hat verteilt auf bei mehreren beteiligten ausgeführt werden in jetzt technisch gesehen auf fabric ist es so dass diese diese smart contracts die fabric chain code nennt und dass die auf einen dass die nicht auf jedem teilnehmer des netzwerks verfügbar sein müssen sondern nur vom subset das ist anders als bei ethereum zum beispiel bei ethereum wird jeder smart contract bei jeder transaktion aber bei jedem netzwerk teilnehmer ausgeführt das verändert natürlich die skalierbarkeit des netzwerks diese anders als bei anderen smart contracts sind diese oder bei anderen blockchainsystemen sind diese chaincode smart contracts sowohl berechtigungsgestützt als auch versioniert das heißt es gibt einen klar definierten prozess wie man die updaten kann das ist ja auch immer ein problem bei bitcoin zum beispiel oder bei ethereum bei öffentlichen blockchains da gibt es kein update an diesen an diesem smart contract kein automatischen wäre auch relativ ungünstig weil stellen sie sich vor wir bauen hier ein unsere eigene kryptowährung auf und wir machen eins der der smart contract wird so definiert dass er genau wie bei ethereum funktioniert also ich kann nur geld senden das mir das ich habe et cetera et cetera und wir machen das zwei jahre jeder von uns hat eine gewisse anzahl an an coins bekommen und nach zwei jahren ändere ich unilateral den code dieses netzwerks und der code jetzt heißt alle ihre coins gehören mir das wäre relativ ungünstig oder der code heißt sie können nur über das geld verfügen das sie haben aber ich kann über alles verfügen auch ob ich es habe oder nicht habe das wären sehr ungünstige varianten in der praxis also für sie für mich wäre es relativ günstig und darum ist es in vielen blockchains im öffentlichen bereich etwas was absolut unerwünscht ist im business to business bereich sieht die welt natürlich anders aus man weiß dass es diese updates geben wird und man findet hat einen prozess wieder einen abstimmungsprozess zum beispiel einen technischen abstimmungsprozess wie die versionierung durchgezogen wird was diese diese smart contracts jetzt machen oder dieses dort procedures oder wie immer man sich vorstellen möchte ist dass sie auf eine auf eine jeweils auf eine lokale datenbank kopie zugreifen und dort daten lesen oder schreiben können in dieser oder von dieser lokalen kopie das sind technisch gesehen bei fabric typischerweise instanzen von couchdb die einfach parallel zu dem fabric server prozess auf der gleichen maschine laufen ok ok jetzt will mein clicker nicht mehr ok die sondern die nächste frage ist wie stellt jetzt wie kann irgendein system von verteilten datenbank triggern ich mache mir absichtlich ein bisschen überspitzt jetzt sicherstellen dass man gemeinsam auf den gleichen stand an informationen kommt weil das ist immer das worum es geht und das ist bei fabric anders als bei den meisten anderen systemen und darum ist finde ich das relativ interessant und relativ wichtig bei fabric gibt es verschiedene arten von nodes von netzwerk teilnehmern und das sind technisch technisch gibt es zwei primäre da zwei primäre prozesse die gestartet werden das sind wirklich echte ganz normale system prozesse es gibt einen prozess das ist der peer prozess der heißt auch wirklich peer und es gibt einen prozess das ist der orderer prozess das sind zwei effektiv verschiedene prozesse die auch typischerweise woanders laufen in diesem netzwerk manche peers werden zu endorsern endorser sind sind peers die diesen chaincode ausführen können und bestimmte aussagen über diesen chaincode treffen können und dann gibt es chaincode selbst der auf verschiedene nodes verteilt wird ok wie schaut das in der praxis aus gesetzt wir starten wieder unser unser rufnummer portierung das heißt irgendwo habe ich verschiedene teilnehmer die verschiedenen nodes betreiben das heißt wir sagen mal die telekom betreibt einen endorser hinter diesem endorser liegt liegen die blockchains für den jeweiligen channel ich zeige es nur mehr subset für einen channel jeweils raus das ganze bild ist nur ein channel das heißt im hintergrund liegt diese blockchain für den channel und es liegt die state datenbank also die instanz von couchdb liegt auch dort die blockchain selbst wird intern über interne speicherstruktur verwaltet das hier ist wirklich ganz normale couchdb die standardmäßig im normalfall mit ausgerollt wird und das gleiche konzept gibt es mehrfach die telekom die vodafone und die mobicom betreiben jeweils so könnte man es sich konzeptionell vorstellen betreiben jeweils diese knoten das ist relativ leichtgewichtiger prozess das sind im prinzip wie datenbank prozesse was dann passiert ist sobald diese drei teilnehmer nodes dem channel beitreten können sie daten austauschen das heißt es gibt dann peer to peer datenaustausch dazwischen ups oder kann es geben und ist relativ also typisch enterprise fähig konfigurierbar das heißt sie können die die notwendigen ports freigeben es muss nicht verbindung von jedem zu jedem bestehen et cetera ok was dann passiert ist sie nehmen chaincode also programmcode zeige ich ihnen nachher gleich wie der aussieht es ist relativ flexibel der kann in verschiedenen programmiersprachen geschrieben werden et cetera es ist nicht wie bei ethereum dass er in einer gut bei ethereum ist mittlerweile auch nicht mehr so aber dass es eine kernprogrammiersprache gibt sondern das könnte in node sein in go es gibt dann java es gibt aktuell also wir selbst haben im open source eine dot net variante dafür das heißt man kann den code in einer man schreibt in irgendeiner sprache und er wird dann über infrastruktur kommandos infrastruktur transaktionen der blockchain selbst installiert auf verschiedenen maschinen innerhalb dieses netzwerks und zwar von den eigentümern dieses dieser maschine es ist nicht so automatisches system wie ethereum wo sofort ein chaincode ausgerollt wird über alle sondern die beteiligten hier müssen dem explizit zustimmen dass sie den ausrollen wollen das heißt hier haben wir verschiedene nodes die den chaincode 1 von mir aus die rufnummer portierung am laufen haben und in der mitte gibt es ein system das hätte noch anderen chaincode laufen das heißt die beeinflussen sich auch gegenseitig nicht okay was gibt es dann zusätzlich zu den endorsern kann es noch beliebig viele nicht endorser peers geben ist technisch das gleiche ich komme gleich darauf zurück wie wie ein einer von hier zum endorser wird das wichtige dabei ist der chaincode muss nur hier installiert werden nur bei den bestätigenden bei den endorser nodes alle anderen bekommen brauchen den den diesen code nicht ausführen das sind quasi das sind quasi die read only replicas wenn man es so sieht in unserem in unserer klassischen verteilten datenbank okay was es noch gibt ist und das ist jetzt der unterschied zwischen weil hier sind wir noch so im klassischen modell hier sind wir gehen wir richtung blockchain modell das heißt es gibt orderer prozesse die laufen getrennt ist ein getrenntes netzwerk form vom eigentlichen datennetzwerk was die orderer machen ist relativ einfach die nehmen transaktionen von den clients an und bringen die in eine definierte reihenfolge mehr machen sie nicht aber es immer bei synchronisations prozessen ist es essentiell wichtig dass das die welt also alle beteiligten hier transaktionen in einer gewissen reihenfolge sehen weil nur dann kann man darüber nachdenken oder als code darüber eine entscheidung treffen ob die transaktion gültig ist oder nicht wenn ich ihnen zwei wenn ich zwei bitcoin habe und ich schicke ihnen zwei und ihnen zwei dann muss das system irgendwie feststellen wem ich es in anführungszeichen zuerst gesendet habe und das ist genau das was bitcoin macht bitcoin hat einerseits diesen smart contract wo es intern prüft ob ich das überhaupt habe was ich behauptet zu haben und als zweiter stellt sicher über nicht sofort und sondern sondern über gewisse zeitspanne hinweg dass die aussagen die wir die transaktionen die wir gesendet haben in einer genau definierten sequenz sind so dass die welt sich dann einig sein kann ob ich sind die richtung oder in die richtung als erste geschickt habe okay die wie geht es weiter na gut irgendwo gibt es dieses netzwerk irgendwo gibt es ein client der client verwendet einen sdk in java zum beispiel oder in mit node.js in javascript um transaktionsvorschläge zu erzeugen das heißt der erzeugt eine gewunsch transaktion das heißt die wunsch transaktion könnte zum beispiel sein ich möchte ich stimme der übergabe einer rufnummer zu das heißt ich sage okay diese rufnummer soll an den teilnehmer 3 gehen und der gehört mir dieses proposer und das ist jetzt der kernunterschied zwischen fabric und allen anderen netzwerken bei anderen netzwerken würden würden diese proposers einfach an das netzwerk gesendet werden also an irgendeine node im netzwerk die würden das durch replizieren und irgendwann würde jede einzelne node über über proof of work algorithmen herausfinden in welcher sequenz die transaktionen eigentlich waren die proof of work algorithmen machen in dem fall einfach eins wer diesen algorithmus dieses krypto rätsel durch den extremen cpu einsatz gewinnt also wer die antwort findet der darf über die sequenz der transaktionen in diesem einen block entscheiden und dann geht es weiter und in die alle anderen teilnehmer versuchen dieses krypto rätsel wieder zu lösen und investieren sehr viel cpu zeit zu dem zeitpunkt das sind fabric nicht so in fabric gibt es ein gibt es eine endorsement policy hinter jedem aufruf und in der policy wird festgelegt für diesen für für diesen chaincode müssen mindestens folgende endorser unterschreiben das heißt da könnte drinstehen das sind wirklich sehr flexible regeln das kann drinstehen es muss mindestens die bundesnetzagentur und zwei telekom anbieter unterschreiben welche sind uns aber egal aus dem netzwerk oder es muss die bundesnetzagentur und nur ein weiterer telekom unterschreiben und was der client macht ist der hat sein transaktions proposal technisch abgebildet diese endorsement policy und der schickt es raus an die endorser die er braucht um diese policy zu erfüllen das klingt alles spannend das ist eine zeile code also ein großteil von dem passiert im hintergrund automatisch die endorser simulieren jetzt die transaktion das heißt die die führen den chaincode aus mache aber die datenbankänderung nicht das heißt die gehen durch und sagen okay die nummer soll von a nach b transferiert werden es geht natürlich nur wenn vorher überhaupt die nummer hatte und für diese prüfung durch und sagen ja ich bin mit der transaktion einverstanden und übrigens am ende hat dann b die nummer das heißt die speichern ab die 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 signieren wirklich mit einer kultografischen signatur die seiten effekte einer transaktion die führen die die für die transaktion nicht durch sondern sagen nur wenn ich sie durchführen würde dann hätte ich folgende daten gelesen in folgender version dass man nachher versions prüfung durchführen kann und ich hätte folgende daten geschrieben was sie machen ist sie signieren dass der client das ganze geht sieht das signatur paket geht zurück an den client der hat jetzt eine transaktion die er selbst unterschrieben hat und die drei endorsements die bestätigungen und nimmt diese transaktion und sendet sie an ein orderer netzwerk dieses orderer netzwerk findet über verschiedene algorithmen gibt es verschiedene varianten und werden auch weiterentwickelt findet heraus in welcher sequenz man die transaktion abspielen möchte und packt diese transaktionen mehrere in einem block und verteilt die den entstandenen block an die peers was die peers zu dem zeitpunkt machen ist die peers validieren diese jeweilige diese blöcke jede transaktion in dem block schaut nach ob die endorsement policy für diesen jeweiligen chaincode ob die erfüllt wurde also wurde diese nachricht wirklich von der bundesnetzagentur mindestens einer anderen take-home unterschrieben zum beispiel auch technisch das passiert alles hinten im hintergrund und wenn das so ist und wenn die daten also dieses reset und writeset das was die endorser unterschrieben haben die seiteneffekte der transaktion wenn die stimmen also wenn die daten wirklich noch in der version vorhanden sind die ich hier geht die ich hier als endorser gesehen habe dann ändern die die daten in ihrer lokalen datenbank und hängen den neuen block an ihre blockchains dran und das ist das ist die ganze geheimnis am ende des tages oder das ganze geheimnis hinter hinter der art wie fabric zur datenkonsistenz sicherstellen kann falls dazu fragen gibt am besten gleich jetzt weil jetzt ist noch das bild hier das ist immer schöner heißt dann mit dem bild zu erklären ok sonst trinke ich nur mal einen schluck und dann gehen wir weiter ok aber wichtig der client sendet der client findet raus technisch über discovery mechanismus an wen hat diese nachricht senden muss also wer kann sie unterschreiben probiert die zu kontaktieren bekommt seine unterschriften und schickt es dann an das restliche system weiter und danach weiß das restliche system die daten sind ok was dann passiert ist naja wenn das alles in innerhalb von fabric laufen würde der gesamte programm code wäre es hier abgeschlossen ist natürlich nie der fall sondern stellen sie sich nur vor der die die transaktion hier oder die erste transaktion in unserem prozess beginnt ja nicht mit ja ich bin einverstanden dass die nummer von a nach b geht sondern der erste schritt beginnt ja hallo ich bin b ich hätte gern diese nummer von dir bitte macht die notwendigen schritte die notwendigen schritte sind ich muss den 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 kunden benachrichtigen muss per sms typischerweise fragen ob einverstanden ist damit etc etc das heißt das erste was ich machen muss ich ich muss ja um systeme bedienen und was es dazu auch gibt ist die das die die möglichkeit auf events aus diesem aus diesem chaincode zu horchen das heißt was typischerweise passiert ist irgendwo gibt server prozesse die auf eingehende anfragen oder auf daten änderungen eigentlich reagieren auf events aus diesem chaincode so dass dann im hintergrund system verarbeitung schritte gestartet werden können und sobald diese abgeschlossen sind sendet man typischerweise eine antwort transaktion wieder ans netzwerk die der der ursprüngliche sender der ersten nachricht genau wieder über systeme dieser art bearbeiten wird das heißt nachdem ich also schicke ich hätte gern die diese nummer bitte zu mir portiert würde die andere seite quittieren mit ok wir starten den portierungsprozess und wir halten den prozess oder wir aktualisieren status information in dem prozess das heißt die würden dann neue transaktionen schicken nachdem sie den kunden benachrichtigt haben neue transaktionen schicken nachdem sie vom kunden antwort bekommen haben et cetera danach hat man ein komplette ein transparentes bild über diesen prozess ok dieser konsens im also konsens ist der block chain typische name dafür der name dafür dass man irgendwie erreichen muss dass alle transaktionen die reinkommen in einer definiert in einer definierten sequenz abgearbeitet werden können dieser konsens wird in diesen drei phasen erreicht über endorsement über das ordering und danach über die validierung auf den einzelnen notes das ist nur die zusammenfassung des vorigen im endorsement geht ein subset der teilnehmer hin und sagt okay wie finden wir raus ob eine transaktion gültig ist die simulieren diese transaktion danach wird sie werden sie sortiert über die orderer so dass es eine definitive sequenz gibt diese sequenz ist anders als bei anderen blockchains auch nicht mehr veränderbar bei anderen blockchains gibt so kollisionen und und die teile oder die tatsache dass sich in einem globalen netzwerk zwei zweige getrennt weiterentwickeln können auf ethereum zum beispiel und das kann hier nicht passieren hier gibt es eine eindeutige sequenz das heißt man erreicht block finalität sehr früh und am ende prüft jede note ob die endorsement die dahinter konfiguriert wurde ob die diese policy ob die erfüllt wurde nach den drei stufen erreicht man konsens ob die transaktion gültig ist okay jetzt möchte ich ganz kurz noch in den in die smart contracts gehen ich habe im anschluss also anschluss ist in dem fall glaube ich erst um 15 uhr 30 hier in diesem raum eine session zu zur smart contract programmierung in der ich konkreter auf den code der dahinter ist hinter genau diesem use case eingehen werde sorry aber aktuell möchte ich nur die übersicht geben die welche basis konzepte was muss man wissen um hier programmieren zu können das erste ist was macht so ein chain code am ende des tages liest und schreibt der daten von seiner lokalen couch db instanz und zwar nicht direkt über couch db mechanismen sondern er geht über system bereitgestellte mechanismen und und nutzt die couch db einfach zufällig im hintergrund als key value datenspeicher es gibt dann immer das konzept von einem verteilten ledger also das ist die gemeinsame ansicht dieser welt oder der der daten dieser dieser welt und also diese welt ist jetzt nur das subset dass sich um rufnummer portierung kümmert ist klar und und man interagiert mit den daten in diesem ledger würde drinnen stehen zum beispiel wem gehört diese aktuelle rufnummer oder die wem gehört diese rufnummer jetzt was die was der chenco auch macht ist diese art des datenbank zugriff macht über verschiedene oder kann er in verschiedenen programmiersprachen kann man umsetzen es ist technisch einfach ein interface auf google rpc ebene das durch verschiedene sdk in verschiedenen programmiersprachen schöner gekapselt wird aber rein technisch gibt es hier kein limit ist es ist es ist keine eigene virtuelle maschine in fabric drinnen anders als bei manchen anderen blockchains es gibt aber die möglichkeit die ethereum virtuelle maschine zum beispiel hier hinter diesem gpc interface zu verwenden dann kann man ethereum kompatible smart kontrakts hier laufen lassen man muss aber nicht man kann es auch in beliebigen anderen sprachen machen die sdk es die es gibt sind heute für go node und java verfügbar dort net ist in progress das haben wir als open source gebaut da sind wir gerade dabei das auch richtung fabric in das hauptprojekt einfließen zu lassen ok wie welche welche aufgaben gibt es typischerweise wie sehen die aus naja was machen typischerweise ist chenco etwas was sehr sehr klein ist dass der großteil der logik wird in den jeweiligen backend systemen stattfinden in dem chenco wird die telekom nicht reinschreiben wie sie selbst mit ihrer kundendatenbank interagiert sondern beim chenco geht es darum das sind eigentlich die kodifizierten regeln auf die man sich gemeinsam geeinigt hat weil das ist ja der chenco ist ja bei jedem von uns gleich wenn wir hier ein netzwerk aufbauen würden und das sind die regeln wo wir gesagt okay danach möchten wir jetzt oder diesen prozess möchten wir vereinfachen da steht zum beispiel drinnen a kann an b nur dann eine nummer geben wenn a sie vorher hat außer es ist der die die bundesnetzagentur die darf immer überschreiben und sagen ich gebe die nummer von dem an den oder ich erzeuge neue nummern das darf nur die bundesnetzagentur und diese regeln würde man in chenco ausprogrammieren um das zu machen hat man braucht man relativ wenig konstrukte man sagt okay es gibt einen befehl der heißt get state mit dem ziehe ich mir an ein key value objekt oder mit einem gewissen schlüssel hole ich mir den das jeweilige wert objekt aus der datenbank das wert objekt ist ein ist jason struktur ich kann danach nachdem ich diese prüfung gemacht habe also die prüfung der prüfung schritt wäre gehört die telefonnummer heute wirklich der dem anbieter a danach kann ich sagen okay diese transaktion wird ein transfer von a zu b also schreibe ich jetzt dass der aktuelle eigentümer dieser telefonnummer b ist und danach stelle ich einen event bereit an backend systeme vielleicht der bedeutet okay ich der eigentümer wurde gewechselt so dass alle darauf reagieren können die darauf reagieren möchten das heißt im prinzip sind es meistens nur wenig zeilen code die man effektiv im chaincode implementiert man würde vor allem nicht zum beispiel nicht auf externe systeme gehen oder so sondern das ist typischerweise externe also nicht direkt aus dem chaincode der c sharp code oder node code im chaincode würde kein web server aufrufen wenn wir intern um etwas zu prüfen wenn ich eine externe system gehe dann würde ich immer über ein event gehen müssen weil ich sonst das endorsement nicht durchführen kann weil die anderen drei beteiligten oder die anderen zwei die die dieses endorsement simulieren hätten kein zugriff auf meinen lokalen web service endpunkt zum beispiel das heißt das ist immer wichtig im endorsement muss oder im chaincode soll man nur das machen was wirklich alle beteiligten beurteilen können ob das in sich konsistent ist so wie sieht so wie sie die basisstruktur aus ich habe jetzt hier den node.js chaincode oder das node.js ap verwendet das ist so wer von ihnen kennt node.js einigermaßen sonst perfekt sowieso halb halb das heißt ich erkläre noch mal kurz require ist einfach das inkludieren als source code aus anderen aus einer bibliothek oder seiner anderen datei hier hole ich mir einfach das konzept kontrakt oder die basisklasse kontrakt ein kontrakt selbst erweitert einfach diese basisklasse und stellt dann einfach operationen zur verfügung das sind alles async markierte operationen und innerhalb dieser operationen bekomme ich verschiedene parameter von außen und ich bekomme ein kontext objekt von fabric selbst das heißt der teil ist relativ einfach ich zeige nachher gleich was man mit dem kontext objekt machen kann irgendwo am ende rein für die konvention exportiert man diesen diese klasse dann aus dem node.js modul so dass es von außen sichtbar ist das wäre so wie wenn man in anderen programmiersprachen public davor schreibt so dass es gewisses konzept sichtbar wird nach außen der aufrufer erzeugt ein jason objekt das er an dieses transaktionssystem gibt zuerst ans endorsement und dann ans ordering und in diesem transaktions objekt hält er einfach fest welchen kontrakt will er aufrufen der ist auf kanalebene auf channel ebene definiert das mapping dahinter ist dort definiert zeige ich nachher noch kurz und er zeigt welche operation my contract ist ja einfach der präfix den man hier wählen kann der ist optional falls man mehrere contracts hier mischen oder oder das aufgliedern möchte er gibt dann also das heißt das ist einfach ein mapping per konvention ich möchte diese funktion aufrufen die ist auf dem contract definiert das ist die funktion die ich aufrufen möchte die parameter werden als array übergeben wichtig oder interessant dabei ist das sind nur strings auch wenn ich zahlen übergebe ist es so dass fabric selbst nur strings kennt damit will man anscheinend die die interpretation von von binärdaten oder zahlen oder anderen werten zwischen den verschiedenen programmiersprachen umgehen das heißt es gibt nur strings als parameter die werden später beim aufruf direkt an die funktion als parameter übergeben und mein kontext objekt ist die schnittstelle zu fabric auch zu meinem es zu meiner state datenbank da gibt es dann genauso die funktionen wie get state oder put state oder ähnliche sachen gibt es auf unter objekte von diesem kontext das ganze ist diese ganze magie die ich beschrieben habe dieses herausfinden von 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 der echten sequenz von transaktionen von der gültigkeit von transaktionen et cetera versteckt sich hinter einem sehr sehr einfachen interface der einzige unterschied ist dass diese drei oder der einzige unterschied zu einer normalen service basierten programmierung ist dass das absenden dieses dieses transaktions request halt nicht synchron bearbeitet wird sondern asynchron über diesen über dieses konsensverfahren die asynchron bedeutet aber dass die dass man hier mit mit natürlich mit einer block chain arbeitet das heißt es werden irgendwo blöcke erzeugt aber die block zeiten sind im sekundenbereich die sind nicht im minutenbereich wie bei block wie bei bitcoin bitcoin hat ja eine block zeit von circa 10 bis 15 minuten pro block ethereum von circa 10 bis 15 sekunden pro block und hier gehen wir auf eine konfigurierte block zeit von typischerweise einer sekunde das heißt alle transaktionen die innerhalb von einer sekunde kamen werden 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 in einigen block gepackt und danach ans netzwerk verteilt dass das ist das ist so der der zeit lag mit dem man leben mit dem man lebt einfach wie wie bei allen blockchains ok wie sieht chaincode aus also was was tut guck mal hier naja man hat dieses kontext objekt da gibt es ein stop objekt stop ist alles womit ich mit meinem mit meiner fabric instanz die den chaincode lädt kommuniziere und dort gibt es halt kommandos wie get state ich hole mir das jason objekt oder ich hole mir in wirklichkeit hier den den anbieter ray aus meiner datenbank des weiteres werde ich ob es nachher als jason interpretieren es gibt die möglichkeit abfragen zu senden couchdb hat eine abfrage sprache die man hier nutzen kann das heißt man kann auch komplexere abfragen an die datenbank senden das könnte man sich so vorstellen wie wie views die man vordefiniert hier bei get query result gibt man den namen einer view an nur dass die view halt auf couchdb eigene varianten definiert wurde also keine sql view sondern eine couchdb view wenn man daten speichern möchte so gibt es kommando put state wie man sich vorstellen würde wenn es get state gibt und man muss das aber wieder als byte array senden und die byte array implementation auf javascript seite oder bei node seite wird sehr oft in einem buffer objekt gewrappt das heißt hier sage ich einfach ich brauche ein buffer objekt da soll dieser wert drinnen stehen das ist jetzt nur als beispiel hier und wenn ich einen event nach außen senden möchte so dass mein internes backend system reagieren kann dafür gibt es dann auch auf der set event es ist wirklich so er heißt set event es gibt nur einen event pro transaktion sie können keine events emitten in einer event reihenfolge sondern der letzte gewinnt aber es gibt irgendein event und danach werden die die daten nach außen übergeben was man auch machen kann und das ist dann das ist natürlich essentiell wichtig ohne dem würde die ganze blockchain keinen sinn machen keinen großen ist ich kann raus herausfinden wer der aufrufer ist ich habe vor konfiguriert wie gesagt fabric geht vom von einem kernkonzept aus dass organisationen an einer blockchain beteiligt sind das heißt das konzept einer organisation ist relativ weit oben angesiedelt und daher kann ich natürlich auch bei verschiedenen aufrufen prüfen von welcher organisation kommt der aufruf zum beispiel könnte auch prüfen von welchem user ich könnte prüfen welche zusatzattribute hat die organisation in dem zertifikat dem user mitgegeben etc aber das einfachste ist mal der prüfung die prüfung auf auf den eigentümer dieser oder der den absender dieser transaktion oder die organisation die für die transaktion abgesendet wurde msp steht in dem fall einfach für membership service provider weil hier geht es um die organisation die das zertifikat für den benutzer ausgestellt hat und der benutzer selbst signiert die transaktion ok beim aufrufen wie sieht denn der aufruf für so an für so eine interaktion aus naja das relativ einfach in wirklichkeit können sie sich das sehr ähnlich vorstellen wie die interaktion mit einer datenbank es ist nur die interaktion mit einer datenbank die die kein usernamen und passwort zur authentifikation verwendet sondern die die kleinzeitige zertifikate zur authentifikation verwendet das heißt irgendwo gibt es dann ein fabric client ist wieder eine bibliothek innerhalb von not die man sich holen kann wenn man den instanziert kann man über einen create user aufruf ein user objekt erzeugen dass das create user legt keinen user an es gibt nur ein user objekt beim instanzieren von dem objekt gebe ich die die private key mit also die textuelle repräsentation des private keys die nicht von einer datei hole oder von azure key vault oder ähnlichem danach braucht man die verbindung oder konfiguriert die verbindung zu einem gewissen channel gibt die quasi den server prozess an an den man sich oder mit dem man sich verbinden möchte weil es laufen ja mehrere server ist betreibt jeder seinen eigenen server das heißt typischerweise in meinem code wenn ich die telekom bin und die telekom selbst eine peer note betreibt dann verbinde ich mich auch mit meiner eigenen peer note hier ich könnte mich aber auch mit jeder anderen peer note verbinden und als jede andere für die ich zugriffsmöglichkeiten habe wie gesagt alles in fabric ist immer hinterm berechtigungskonzept initialisieren den den channel und und dann kann ich nur mehr sagen möchte ich discovery nutzen oder nicht das ist dann die der unterschied ist möchte ich für meine endorsement phase immer manuell angeben an wen das endorsement gesendet wird an wen die 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 das proposal gesendet wird fürs endorsement oder möchte ich das das system automatisch herausfinden lassen das gebe ich noch mit und dann öffne ich den kanal und ab dem zeitpunkt kann ich transaktionen hinsenden ist wirklich relativ ähnlich wie man mit einer mit einer datenbank interagieren würde es ist nämlich am ende des tages nicht viel mehr als eine datenbank es sind halt zwei sachen es ist die einerseits die echte datenbank und andererseits ist es dieses ordering system damit habe ich hier paar mehr informationen die ich brauche und wenn ich chaincode aufrufe erzeuge ich mir zuerst eine transaktions id eine eindeutige nummer mit der ich später den erfolg oder misserfolg dieser transaktion nachverfolgen kann erzeuge diesen proposal request den hatte ich rechts schon mal gezeigt das ist genau die datenstruktur die ich rechts gezeigt habe wo drinnen steht welchen contract welche funktion mit welchen parametern zusätzlich steht jetzt die transaktions id drinnen und dann sende ich das und jetzt geht es an jetzt gibt mit diesem aufruf geht es ans endorsement raus das heißt wenn ich discovery aktiviert habe kontaktiert jetzt das system die endorser die dafür notwendig sind sammelt die signaturen zusammen und sobald ich die signaturen habe nämlich dieses fertig signierte endorsement paket transformiere es in ein request paket und sende das an die an das ordering system das ist diese zweite phase im konsensprozess das heißt diese komplizierten phasen teilen sich in wirklich genaukeit genau in dieses send transaction proposal und send transaction aus der client sicht und danach verarbeitet das system diese transaktion gibt mir dann die möglichkeit zu schauen ob es gibt mir die möglichkeit entweder zu warten oder einfach über ein event später zu horchen ob die erfolgreich bearbeitet wurde oder nicht das sind dann details die die zeichnen gerne in der nächsten session wenn sie dabei sind weil für die jetzige für den intro teil möchte ich lieber noch auf etwas anderes eingehen aktuell und das ist wie der chaincode eigentlich ausgerollt wird oder wie man sich das vorstellen kann weil das auch noch abweichend ist von anderen blockchainsystemen bei fabric das erste ist stellen wir uns mal vor wir nehmen hier das subset unseres netzwerks es ist jetzt hier eine peer von einer telco und ein peer von unserer bundesnetzagentur es sind einfach zwei teilnehmer hier sichtbar und irgendwo starte ich mit einem paket mit entweder einem fertig paketierten chaincode oder mit dem quellcode des chaincodes ich kann auf beide varianten das installieren und es muss explizit ein administrator der jeweiligen zielorganisation also jemand der berechtigt ist es muss kein administrator als person sein sondern jemand der das notwendige zertifikat und den private key hat um eine transaktion als administrator zu unterschreiben kann diesen code installieren lassen hier auf der peer und einfach über peer chaincode install das ist ein als command line tool das man auch im stk skripten kann wenn man das möchte und dadurch wird wirklich effektiv dieses paket genommen von hier und in der ersten phase einfach mal hierhin deployed physisch wirklich ins filesystem kopiert und liegt dann mal da mehr tut es noch nicht außer dass wir wissen dieses der inhalt dieses verzeichnisses heißt intern number transfer also so ein number transfer smart contract oder chaincode in der version 1 weil das sage ich beim installieren welche version das ist das gleiche tun die anderen teilnehmer das gleiche müssen die anderen teilnehmer machen die endorsements aussprechen wollen und am ende liegt der genau in dieser version verfügbar auf dem so laut hätte es gar nicht sein müssen die erinnerung dass ich langsam schließen soll aber okay die das heißt er liegt dann vorhanden das ist die erste phase dadurch ist aber noch nicht erreichbar er liegt jetzt nur mal hier wenn ich ihn erreichbar machen möchte dann muss ich ihn mit einem channel verbinden das heißt der channel muss wissen welcher chaincode in welchen versionen für diesen channel erreichbar ist und das kommando dafür ist peer chaincode instantiate das heißt wenn fabric über instanzierung spricht dann meinen sie nicht so objektorientierte instanzierung per new für irgendein objekt in memory sondern es geht darum einen chaincode einem kanal zuzuordnen und zwar in einer genau definierten version das heißt ich kann zwar hier beliebig viele versionen verfügbar haben aber pro channel muss ich wissen welche version des number transfer kontrakts ist jetzt für diesen channel aktiv so dass ich nachher meine requests richtig geroutet bekommen an den richtigen chaincode ok der wird paketiert und oder installiert in ein oder zwei schritten nicht alle peers brauchen den nur die endorser benötigen den kann in mehreren versionen existieren es wird pro channel instanziert alles hier ist ist aktuell nur logische zuordnung irgendwo in dem system alle diese zuordnungen werden aber auf der blockchain gespeichert das heißt es kann nicht passieren dass die hälfte des raums version 1 verwendet und die andere hälfte version 2 sondern es wird festgelegt für diesen channel gilt ab diesem block oder ab dieser transaktion gilt version 2 von dem und vorher hatten wir einen prozess mit dem wir das gemeinsam bestimmen konnten zum beispiel das ganze kann auch aktualisiert werden auch der upgrade da gibt es einen peer chaincode upgrade prozess der hängt in wirklichkeit nur den die versionsnummer um so dass man weiß okay ab jetzt möchte ich an jeden request der hier auf diesem channel für number transfer reinkommen an die version 2 weiterleiten die hinter dem ganzen konzept das habe ich jetzt ich habe schon öfter gesagt ich weiß weil es ist so wichtig weil wenn man von anderen blockchains kommt die verfolgen hier völlig anderes system aber nahezu alles wenn ich hier so salopp drüber spreche dann installieren wir einen neuen chaincode etc. oder instanzieren den bei fabric hat nahezu alles policies oder berechtigungen und policy könnte zum beispiel so aussehen das wäre die angesprochene endorsement policy wo ich sage diese ich brauche jede transaktion unterschrieben von einem admin also einem admin berechtigten user auf dem auf dem bei der bundesnetzagentur und aus dieser liste müssen noch zwei unterschreiben das heißt so kann man sich das vorstellen es kommt eine relativ komplexe variant oder eine möglichkeit wie man relativ komplexe regeln abbilden kann es ist in in polish notation das heißt die die verknüpfungs operatoren sind vor dem term aber da muss man sich gewöhnen sieht eher aus wie excel dann am ende des tages und so kann man das ausdrücken gibt es verschiedene gibt es so dass entweder muss irgendwer oder es muss eine mehrheit und verschiedene diese varianten lassen sich damit abbilden was ich beim chaincode noch gerade noch nicht dazu gesagt habe ist dass der die der echte start des chaincode prozesses im hintergrund passiert das heißt durchs instanzieren und durchs deployen liegt der vorhanden auf der maschine aber der echte prozess im hintergrund wird wird dann einfach bei bedarf gestartet das heißt die werden bei bedarf in einen docker container verpackt in ein docker image verpackt darauf wird ein docker container gestartet und jeder chaincode lebt in seinem eigenen docker container so ist die so so stellt fabric die isolation sicher zwischen den einzelnen chaincodes zwischen einzelnen versionen und dem rest des systems ja okay und es gibt also verschiedene varianten any all also jeder et cetera von den berechtigungen und es gibt natürlich bolsche operatoren ganz normal und damit kann all diese prozesse all diese änderungen am netzwerk das updaten eines chaincodes et cetera kann hinter einem berechtigungskonzept verbaut werden und hinter einem governance konzept wo man sich als gruppe einigen muss was man erreichen möchte okay und damit bin ich ein paar minuten drüber aber ich stehe nur mal kurz zwischen ihnen und dem mittagessen und nur kurz als summary was war so der der inhalt von den letzten 60 minuten das war relativ viel in 60 minuten das muss ich zugeben die gleichzeitig ist es so dass man nur die oberfläche ankratzen kann in 60 minuten ich wollte mein ziel war in einem gewissen überblick zu geben was was da alles so drin ist was macht das ding eigentlich also angefangen von was macht das eigentlich welches problem löst hin bis was sind so aber kernkonzepte dass sie kennen die bausteine sie wissen was ein endorser ist was ein peer ist was orderer ist haben das alles zumindest hier schon mal gehört was ich wichtig finde ist die transaktionsbehandlung was mir ganz wichtig ist ist wenn sie rausgehen dass sie eins wissen fabric ist kein proof of work basierendes system es gibt nicht diese cpu cycles die man wie bei bitcoin oder ethereum in diesen öffentlichen blockchains braucht sondern es ist ein ein zertifikat basierendes system ist technisch gesprochen verwendet es nicht proof of work sondern proof of authority ich kann etwas unterschreiben durch ein durch ein private key den ich habe der wir haben kurz über jane code gesprochen wie kann jane code so aussehen wie wird jane code aufgerufen versioniert deploy etc und am ende wie gesagt über die über die policies die tatsache dass alles hier entweder über policies also gruppen abstimmungen geregelt ist oder über über andere berechtigungssysteme wir haben über endorsement gesprochen die tatsache dass flexible endorsement konfigurationen geben kann und so als zusammenfassung quasi als mein ziel für diesen vortrag ist dass ich ihnen zeigen wollte warum es oftmals nicht reicht nur über replizierte datenmarken nachzudenken weil alles das was man hier gebaut hat müsste man irgendwie nachbauen wenn man die gleichen security konzepte bereitstellen möchte und das ist der grund warum ich persönlich warum ich mich mit fabric beschäftige oder warum es wir in projekten auch verwenden weil natürlich ist es einfach replizierte datenbank aber es liefert halt verschiedene layer on top die verschiedene ausführungen machen die berechtigungen machen etc und darum ist es interessant in use cases die zwischen organisationen gehen wo man sonst sagt okay müsste man alles von null weg selbst bauen ok wenn also zuerst mal es freut mich dass sie hier waren wenn sie dazu fragen haben ich bin heute noch den ganzen tag erreichbar ich bin jetzt natürlich auf jeden fall da ich habe sonst ich glaube um 15 uhr 30 ich müsste aber selbst schauen ob es 15 oder 15 uhr 30 ist muss ich zugeben hier eine anschluss session zur zur chaincode programmierung wo man wo ich stärker in den code reingehen werde client und serverseitig wie sowas wirklich funktioniert ich habe morgen noch ein ganz tagesworkshop auch zum thema fabric wo ich aber noch mehr auf zum beginn noch mehr auf die abgrenzung zu anderen blockchains eingehen werde und auch schon warum fabric sachen anders löst und was die vorteile und nachteile jeweils sind und ja es würde mich freuen wenn ich den einen oder anderen von ihnen bei in der session oder morgen beim workshop sehen ansonsten guten appetit und vielleicht sehen wir uns ja entweder heute oder bei der nächsten pasta wieder dankeschön ja ja ja